Wir sind Malte, Caro und Mali und zusammen haben wir zwei Monate lang einen alten Van zu unserem neuen Zuhause umgebaut. Das ist unser Van Wilma. Wilma ist übrigens gleichzeitig auch unser Büro, da wir das große Glück haben, dass wir unser Geld von überall aus auf der Welt verdienen können. Wir leben gerade unser Traumleben und so sieht unser Arbeitsplatz aus. Untertitelung des ZDF, 2020